Das ist Herr Meier. Er ist Inhaber eines Autohauses. Und er hat ein Problem. Jeden Tag, wenn die Paketdienste Waren anliefern, bricht das Chaos aus. Wer hat was bestellt? Wem gehört welche Ware aus der Lieferung? Herr Meiers Einkäufer muss dann jede Lieferung manuell prüfen und in die richtige Abteilung bringen. Auch die Buchhaltung ist betroffen. Der Controller muss jede Rechnungsposition der richtigen Abteilung zuordnen, um nicht den Überblick zu verlieren. Das bedeutet jede Menge verlorene Zeit. Dank dem Normfest Kostenstellenmanagement wird jetzt alles einfacher. Denn mit diesem leicht zu bedienenden Online-Tool ordnet jeder Besteller seinen Bedarf einer bestimmten Kostenstelle zu. Wie ein roter Faden zieht sich diese Kostenstelle anschließend durch den gesamten Einkaufs- und Lieferprozess. Vom Auftrag über den Lieferschein bis zur Rechnung. Bestellungen von Fachabteilungen werden dank dem Normfest Kostenstellenmanagement automatisch erfasst. Bei Lieferung ist der richtige Empfänger dann schnell identifiziert. Die Kostenstelle auf dem Lieferschein verrät ihn. Die Kosten für die Lieferung ordnet das Normfest Kostenstellenmanagement automatisch der richtigen Abteilung zu. So hat der Controller immer den vollen Überblick über die Ausgaben jeder Abteilung. Herr Meier ist froh. Das Chaos in seinem Beschaffungsprozess ist endlich Geschichte. Behalten auch Sie den Überblick in Ihrem Beschaffungsprozess. Mit dem Normfest Kostenstellenmanagement. Dem System für Transparenz und Ordnung.